Bei R würde z.B. Ratte zählen, wenn ihr wirklich mal eine Ratte gesehen habt. Kann ich ja einfach sagen. Ja okay, ich habe einmal eine Ratte gesehen. Aber ich würde es dir nicht glauben. Ja doch, ich habe die wirklich gesehen. Lässt doch erstmal die Kategorien vor. Was spielen wir denn überhaupt? Stadt, Land, Spieler, die mal für Mainz 05 gespielt haben, Ausreden, um nicht ins Training zu kommen und Dinge, die man in der Kabine findet. A. Stopp. R. Was schreibst du so da? Schwer. Was hat bei der Stadt? Rüsselsheim. Regensburg. Beide 10 Punkte. Land. Russland. 5 Punkte. Ries. Lasse Ries. Oh Mann. Was denn? Ja, stimmt. Ronael Gabriel. Wer? Aber das wäre ja dann Vorname. Ist der zweite Vorname? Ich dachte, Ronael Gabriel wäre der Nachname. Ronael Gabriel. Also ich finde Lasse Ries top. Okay, ich habe noch Richter. Ja, dann kannst du ja nur eins nehmen. Irgendein Richter. Irgendein Richter hat Safe mal hier gespielt. 20 Punkte genommen. 20. Jetzt wird es wohnenlos. Kannst du als nächstes? Ausreden, um nicht ins Training zu kommen. Regen. Ja, okay. Ja, das geht nicht. Ich habe Reifen geplatzt. Nehm ich. Aber Regen? Ja, ich wusste nicht. 20 Punkte. Ja. Was gibt es in der Kabine? Einen Ring. Ey, habe ich ja auch. Du hast nicht Ratte genommen. Ich wollte erst Ratte nehmen, aber der hätte mir ja nicht geglaubt, hat er gesagt. Okay, zweite Runde. Ich hatte kurz überlegt, Regenjacke hinzuschreiben. Wobei, weiß ich mir nicht. Ah, stopp. C. Was spielt euch? Ausreden und Dinge in der Kabine. Bei dir, Robin? Mir fehlt irgendwie noch ein Spieler. Beim Spieler bin ich mir auch nicht sicher. Der zählt bei mir. Ich habe Spieler mit vorne, aber... Was hast du denn bei Ausreden? Ganz großen Quatsch. Schenk mal an statt. Chemnitz, Chemnitz. Beide 5. China. China. Da Costa. Warte, warum gilt das nicht? Hä, der heißt Da Costa? Ja, aber... Costa mit C. Hä? Ja, ich habe nichts. Bei Null. Ja, was hast du bei Ausreden? Nix. Ja, also eine Chlorreizung. Ja, wenn die Haut... Wenn du... Also ich habe eben Regen gehabt und du hast eine Chlorreizung. Also ne, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Du hast zu viel Chlor irgendwo drin gehabt und deine ganze Haut ist gereizt, dann kannst du nicht trainieren. Steck mich bei diesem Quatsch, ey. Also sagst du nein? Ich sag nein. Das ist ja Wahnsinn. Chlorreizung. Wenn du mal eine Chlorreizung hast und nicht trainierst... Also... Okay. Ich habe eine Käppi aufgeschrieben. Die man in der Kabine findet. Finde ich gut eigentlich. Und was hast du? Ich habe ein Chemiebuch. Okay. Ja, das kann schon mal sein, wenn du junger Spieler bist und... Hast du es schon mal gesehen in der Kabine? Ein Chemiebuch? Ne, das ist ja im Rucksack drin. Tja, ich weiß nicht. Also deine Käppi lasse ich zählen. Danke. Aber Chemiebuch weiß ich nicht. Lässt du nicht zählen? Sollen wir die Leitung mal fangen? Kannst du fünf Punkte haben, wenn du magst. Ne, so Mitleidspunkte will ich nicht. Entweder kriege ich zehn oder nichts. Komm mit 20, tu ne. Schade. Ah. Stopp. Geh. Geh. Hier kommt fünf, vier, drei, zwei, eins, neun. Boah. Okay, Stadt. Groß-Georg. Günzburg. What finding? Günzburg. Musstest? Kann ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, aber... Warte mal. Einmal bitte nachgucken. Das gibt es auf jeden Fall. Ja, natürlich gibt es das, aber... Muss ich jetzt wissen, wo das liegt? Nein, musst du nicht. Bayern. Ja, guck. Land, Griechenland. Georgien. Warte mal, was habe ich jetzt? Günzburg, zehn. Okay, Griechenland, zehn. Ja. Geiß? Glatze. Gesundheitsbedingt. Okay, meins jetzt auch nicht überragend, aber finde ich zählt schon, ich habe Glatteis. Oh ja. Okay. Und gesundheitsbedingt zählt nicht, oder was? Ja, doch. Doch. Gel. Gebrauchte Socken. Nein, nein, ist okay. Ist schon okay, oder? Ja, ist okay. Also beide zehn. Das war eine Top-Runde. Stark. Aber irgendwie... Dürfen wir auch einklatschen? Ja, aber du führst, ich will nicht mit dir einklatschen. Ja, okay, dann nicht. A. Stopp. Ja, ich war gerade zwischen d und e. Such dir aus. Was willst du? Warte, lass mich kurz überdenken. Komm, wir nehmen e. Okay. Stopp. Nein, okay, mach weiter nochmal. Ich suche noch was Besseres hier. Man kann nicht zwei Sachen aufschreiben. Drei. 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 Ja, kann stoppen. Okay. Stopp. Hast du jetzt ernsthaft Eltwülle aufgeschrieben? Ja. Du auch. Ja. Nein. Land. Estland. England. So, dann bin ich schon raus. Ede. Dann hast du nichts mehr. Nein. Da steht nichts. Ausreden, ich habe Eierschmerzen. Ja, aber es ist schon... Ja, ja. Willst du es zählen? Ja. Ist okay. Okay, was man in der Kabine findet? Erde. Von den Schuhen? Ja. Boah, geil. Ich schreibe mal hier ein Null hin. Drei. A. Ich denke, ich muss die ganze Zeit kurz vorm Niesen. Stopp. L. Okay, stopp. So schnell. Ja. Stadt. Ludwigshaard. Luxemburg. Land. Lettland. Ja. Lauchs. Leitsch. Dann bin ich raus. Ausreden und nicht ins... Ja, die Luft raus. Ja, jetzt ist Luft raus. Das ist keine gute Ausrede. Luft raus? Ja, ich habe sie noch nicht benutzt, aber wenn die Luft raus ist, dann ist schon schön. Nein. 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 Ich würde der Trainer noch niemals durchgehen lassen. Ey, Trainer. Hörst du die Luft raus? Ja, okay. Und Dinge, die man in der Kabine findet? Luftballon oder was? Nein, eine Luftpumpe. Boah. Ja, das sind 20 Punkte. Danke. Sollen wir nochmal nachzählen, wie viel? Warte. Ich glaube, du hast gewonnen. Glückwunsch. Dankeschön. Herrlich. Aber ich dachte, ich will. Ja, es war nicht so einfach wie gedacht. Ich hätte erst gedacht, es wird einfacher.